In diesem Video möchte ich mit euch das Unternehmen PepsiCo analysieren. Wer kennt sie nicht, die Produkte von Pepsi? Zum einen natürlich der grosse Konkurrent von Coca-Cola, Pepsi, aber auch Produkte wie 7up oder Mountain Dew, aber auch ganz viele andere Produkte im Snack-Bereich gehören zum Markenportfolio von PepsiCo. Und in diesem Video gehen wir genau mal auf den Konzern ein und schauen uns an, wie sich das Unternehmen in den letzten Jahren entwickelt hat und ob weiterhin Potenzial steckt, vor allem auch in der Aktie, ob die Aktie vielleicht ein interessantes Investment sein könnte über die nächsten Jahre. Wir schauen uns natürlich auch an, wie sich die Konkurrenz schlägt in diesem Markt und ob die Aktie aktuell auch fair bewertet ist oder nicht. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Chart-Analyse, um herauszufinden, ob aktuell sich gespannende Gegebenheiten im Chart zeigen, ob sich ein Einstieg vielleicht anbietet oder sogar ein Ausstieg. Wenn dich das Ganze interessiert, bleib doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren, sei es via Einzelaktien, ETFs oder Optionen. Wir gehen jetzt gleich rein in die Analyse und schauen uns wie immer zunächst mal die Entwicklung des Aktienkurses an und vergleichen diese Entwicklung mit anderen Unternehmen aus derselben Branche. Deshalb hier diese Zusammenstellung. Wir haben Monster Beverage, wir haben PepsiCo, wir haben Coca-Cola, wir haben Coirig Dr. Pepper und wir haben natürlich einen breiten Gesamtmarkt mit dem S&P 500. Und wir sehen, dass die Unternehmen eigentlich relativ gut nebeneinander liegen. Also die Entwicklungen der Aktienkurse, die gehen jetzt nicht extrem auseinander, wie man das teilweise sieht, aber es gibt schon ganz klare Unterschiede. Die Nase vorne hat im 5-Jahres-Vergleich inklusive Dividende, Monster Beverage mit 91% Rendite, danach folgt PepsiCo mit 89% Rendite, also sehr dicht auf den Fersen von Monster Beverage. Dann am dritten Platz folgt Coca-Cola mit ca. 58% Rendite, der S&P 500 mit 56% Rendite und Coirig Dr. Pepper mit 46% Rendite über die letzten 5 Jahre inklusive Dividende. Also wir sehen, Kopf-on-Kopf-Rennen. Eigentlich alle Unternehmen haben sich relativ gut geschlagen in den letzten 5 Jahren. Lediglich Dr. Pepper, Coirig Dr. Pepper hat etwas nachgelassen, die haben jetzt etwas korrigiert, aber das könnte ja vielleicht auch mal ein spannender Blick sein, um zu schauen, ob das vielleicht mal ein spannendes Investment sein könnte. PepsiCo hat sich sehr gut geschlagen, auch in den letzten Wochen, in den letzten Monaten und deshalb gehen wir gleich mal rein in die vertiefte Analyse. Kurzer Überblick über PepsiCo, mit was haben wir es zu tun? Wir haben aktuell einen Börsenwert von ca. 252 Milliarden US-Dollar. Die Jahresperformance der Aktie über die letzten 12 Monate lag bei 14,5%, was durchaus ordentlich ist für die schwierige Marktlage, die wir hatten. Wir hatten einen Umsatz im Jahr 2022 von 86,4 Milliarden US-Dollar. Das ist wieder ein Rekordergebnis gewesen. Das jährliche Wachstum des Umsatzes über die letzten 5 Jahre im Durchschnitt liegt bei 7,5%. Wir hatten einen Gewinn von 8,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Auch das wieder ein Rekordergebnis. Und das Wachstum beim Gewinn über die letzten 5 Jahre lag auch noch bei 5,1%. Das mal so für die wichtigsten Wachstumszahlen beim Unternehmen PepsiCo. Jetzt gehen wir aber mal rein und schauen uns an, mit was wir es effektiv zu tun haben. Die Marken. Das Markenportfolio von PepsiCo ist relativ gross. Also ich werde jetzt hier nicht auf jede Marke eingehen, aber vielleicht einfach ein kleiner Überblick. Also ganz klar ist ja die Pepsi, das Getränk, das ist wahrscheinlich das interessanteste, das bekannteste Produkt von Pepsi. Dann natürlich auch andere Getränke wie Tropicana oder auch natürlich wie, was man auch kennt, ist Mountain Dew. Oder natürlich auch Lipton, wo man ein Joint Venture mit Unilever aufgezogen hat. Und 7up ist auch bei uns noch einigermaßen bekannt. Aber viele Produkte, wie man schon sieht, sind vor allem auch auf den amerikanischen Markt ausgerichtet. Man kennt sie schon auch in Europa, aber da gibt es teilweise auch Marken und Produkte, die in Europa jetzt etwas bekannter sind. Doritos kennt man bei uns natürlich auch, die Chips. Und Starbucks, es ist natürlich nicht so, dass Starbucks zum Konzern von PepsiCo gehört, aber die Produkte, die man im Supermarkt kaufen kann, die abgefüllten Dosen mit Starbucks-Kaffee etc., die vertreibt hier PepsiCo über sein Netzwerk relativ gut. Also wenn ihr mal wissen wollt, was für andere Produkte man im Portfolio hat, geht einfach auf die Website PepsiCo und da ist alles aufgeführt. Da könnt ihr mal schauen, was da wirklich alles im Portfolio vorhanden ist bei PepsiCo. Jetzt gehen wir aber mal rein und schauen uns den Markt grundsätzlich an, was wir hier für spannende Fakten finden zu PepsiCo. Der Markenwert der führenden Softdrink-Marken im Jahr 2022, da habe ich eine spannende Statistik gefunden. Und da sieht man natürlich ganz klar, dass Coca-Cola hier die Nase vorne hat. Also Coca-Cola, die Marke Coca-Cola alleine, wir sprechen hier nicht vom Unternehmen, nur der Markenwert beträgt schon fast 90 Milliarden US-Dollar. Das ist extrem, wenn man das vergleicht mit Pepsi, bei lediglich, ich sage mal in Anführungs- und Schlusszeichen, 16 Milliarden. Das ist schon ein enormer Unterschied. Wir sehen auch, Pepsi liegt jetzt etwa in der Grössenordnung von Red Bull. Wir haben aber noch andere Marken, die zu PepsiCo gehören. Lipton, wie bereits gesagt, das ist ein Joint Venture mit Unilever. Das sind auch fast 12 Milliarden Markenwert. Tropicana kennt man vielleicht bei uns etwas weniger, aber ist durchaus auch bekannt. International 8 Milliarden Markenwert. Also man sieht schon, der Konzern an sich, der ist wirklich international sehr verbreitet, hat eine sehr hohe Bekanntheit, wenn man das so deuten will. Dann haben wir ja eingangs schon gesagt oder gesehen, dass Pepsi durchaus nicht mehr nur ein Unternehmen ist, das Softgetränke herstellt oder vertreibt, sondern auch in diesem Food-Segment, im Snack-Segment sehr, sehr gross dabei ist. Und das sieht man auch ganz gut an diesen Zahlen hier, die führenden Snack-Produzenten weltweit. Das sind jetzt noch die Zahlen vom Jahr 2021, aber da wird sich nicht allzu viel verändert haben. Das sehen wir auf Platz 1 natürlich Nestle mit 99 Milliarden Umsatz und danach folgt aber bereits auf Platz 2 PepsiCo mit damals im Jahr 2021 fast 80 Milliarden Umsatz. Und danach an dritter Stelle Mars kennt man natürlich ganz gut, ist aber kein Unternehmen, das an der Börse gelistet ist und dann relativ abgeschlagen auf Rang Nummer 4 von dann Mondelez. Also man sieht hier, gerade in diesem Snack-Segment ist man mit PepsiCo sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Das sieht man auch ganz gut, wenn man mal reingeht. Was ist das Wichtigste? Was sind die wichtigsten Snacks? Das ist ja ein Weiterbegriff. Da sieht man vor allem, dass bei PepsiCo, da sich alles um Chips, um Kartoffelchips, um Maischips, um ja alles, was mit Chips zu tun hat, dass hier sehr gross auf die Fahne geschrieben wird bei PepsiCo. Und da sehen wir auch die geführenden Chipsmarken in den USA. Das sind wirklich die zwei Hauptprodukte, sind von Lace. Lace gehört zu PepsiCo, mit Abstand die grössten, die wichtigsten Marken. Und erst auf Platz 3 folgt dann Pringles. Und genau, das sieht man hier ganz gut, dass man in diesem Segment wirklich ganz stark die Nase vorne hat. Und da kann man mal auch Zahlen ausdrücken. Das sind hier die Umsätze, die erzielt werden mit diesen Chipsmarken. Hier haben wir diese Lace Potato Chips, die machen etwa 3,6 Milliarden US-Dollar Umsatz alleine in den USA aus. Ein weiteres Produkt hier von Lace, die Ruffles Potato Chips, auch nochmal 1,6 Milliarden. Also das sind schon relativ grosse Umsatzzahlen, die man hier einfach mit Kartoffelchips erzielen kann. Und in diesen Segmenten ist man einfach unglaublich gross bei PepsiCo. Man sieht das ganz gut an dieser Grafik, wie sich der Konzern geändert hat oder wie das sich gewandelt hat. Wenn wir jetzt mal einfach mal 10 Jahre zurückgehen, im Jahr 2013, war das noch relativ ausgeglichen vom Umsatzanteil. Also das Thema Food und Beverage, also Snacks und Getränke, war etwa ausgeglichen vom Umsatz. Jetzt sehen wir aber immer mehr, dass sich das immer mehr verändert und dass das Food-Segment immer wichtiger wird. Jetzt im Jahr 2022 waren bereits 60% vom Umsatz, wurde durch Food, durch Snacks erzielt und nur noch 40% durch Beverage und also durch Getränke. Und dieser Trend scheint sich hier auch weiter fortzusetzen. Das ist vielleicht noch interessant, wenn man an Pepsi denkt, denkt man ja wirklich immer an die Pepsi Coke, also an das Getränk. Aber im Prinzip muss man hier vielleicht eher an einen Snack-Konzern denken künftig, weil es einfach schon in diese Richtung geht. Wir sehen jetzt auch die Kehrseite von der Medaille. Der Softdrink-Marktanteil von Pepsi zwischen 2024 und 2021 in den USA, der ist schon durchaus rückläufig. Also im Jahr 2004 hat man noch 30% Marktanteil gehabt in diesem Bereich und der ist jetzt zurückgegangen auf etwa 25%, 25,5%. Es ging immer ein bisschen weiter nach unten. Jetzt die letzten zwei, drei Jahre konnte man diese Anteile dann aber auch wieder halten. Aber man sieht hier, dass man hier nicht weiter Marktanteile gewinnen kann in diesem Softdrink-Segment. Sieht man auch ganz gut mal im direkten Vergleich zur Konkurrenz. Ich habe hier mal einige Zahlen zusammengestellt. Wenn man sich jetzt anschaut, im Jahr 2012 hatte Coca-Cola einen Marktanteil in diesem Softdrink-Segment von ca. 43%, PepsiCo etwa 28%, Cory Dr. Pepper etwa 18,4%. Jetzt 2021 hat Coca-Cola weiter an Marktanteile gewonnen. Also schon aus dieser Führungsposition noch mehr Marktanteile herausgezogen. 46% Marktanteil. PepsiCo ist hier zurückgefallen auf 25,6%. Und Cory Dr. Pepper konnte auch nochmal etwas dazu gewinnen. 21,7%. Also man kann schon sagen, dass PepsiCo schlussendlich einfach Marktanteile verliert. Zumindest in diesem Softdrink-Segment an die grossen Konkurrenten Coca-Cola und Dr. Pepper. Das ist sicher eine spannende Grafik, eine spannende Statistik. hat aber im Prinzip keinen negativen Einfluss auf den gesamten Umsatz, auf den Gewinn von PepsiCo, weil man einfach in den anderen Segmenten entsprechend stärker gewachsen ist. Also gerade in diesem Snack-Segment. Und gerade beim Stichwort Snack habe ich hier noch eine spannende Statistik gefunden. Eine Prognose bis ins Jahr 2026, weil es ja immer wichtig zu sehen, wenn wir in einem Segment tätig sind, muss unbedingt gegeben sein, dass dieser Markt auch weiterhin wachsen kann. Wenn der schon bereits gesättigt ist und vielleicht sogar rückläufig ist, dann macht das Ganze natürlich keinen Spass. Und hier sehen wir schon, dass hier, wenn man sich anschaut, 2022 eigentlich durchs Band alle Untersegmente in diesem Snack-Bereich, also seien das zum Beispiel Potato-Chips, also Kartoffel-Chips, hat man etwa 33 Milliarden US-Dollar umgesetzt weltweit. Bis 2026 soll das ansteigen auf 43 Milliarden. Also durchaus ein stolzes Wachstum, das man hier noch prognostiziert. Aber auch in anderen Snack-Bereichen geht man eigentlich überall von einem weiteren Wachstum aus. Und wie wir gesehen haben, sind wir in diesem Segment mit PepsiCo sehr gut positioniert und können natürlich durch das alleine schon sehr gut weiter wachsen, wenn einfach der Markt weiter ansteigt. Also das ist durchaus interessant und lässt auch darauf schliessen, dass es mit dem Umsatz von PepsiCo, mit den Gewinnen durchaus weiter noch umgehen könnte. Auch eine spannende Statistik, wenn man mal sieht, wie viele Kunden werden denn erreicht von den grössten Marken. Da sieht man mal Coca-Cola, das ist einfach unglaublich, wenn man sich das mal vorstellt. Coca-Cola erreicht im Jahr 2022 sage und schreibe mehr als 7 Milliarden Menschen weltweit. Also da gibt es wahrscheinlich wenige oder gar keine, fast keine Marken, die eine bessere Marktdurchdringung haben als Coca-Cola. Das ist immer wieder sehr erstaunlich. Aber dann schaut man sich mal Pepsi an. PepsiCo, also das Getränk Pepsi, hat doch auch immerhin fast 2,7 Milliarden Menschen erreicht. Das ist ja auch schon eine wahnsinnig große Zahl. Aber Lays, also die Kartoffelchips, die auch zu PepsiCo gehören, die haben sogar noch etwas mehr Leute erreicht. 2,8 Milliarden. Und da sieht man mal einfach ganz gut eben, dass man bei Pepsi wirklich den Fokus durchaus immer mehr auf diese Kartoffelchips legt, auf Snacks allgemein. Und man hier durchaus auch eine große Marktdurchdringung und sehr große Markenbekanntheit erzielen konnte. Ich habe mir noch erlaubt, mal einen direkten Vergleich zu machen, zumindest mit den Gewinnzahlen, mit der Gewinnentwicklung, mit den Umsatzzahlen, mit so ein bisschen mit einer Peergroup. Ich weiss, das sind jetzt Unternehmen eher aus dem Softdrink-Bereich, aber ich denke mal, das ist durchaus interessant für euch zu sehen. Ich habe jetzt einfach mal hier Zahlen zusammengenommen von Monster Barrage, von Coca-Cola, von Dr. Pepper und von PepsiCo. Und da können wir uns mal anschauen, das Gewinnwachstum dieser Unternehmen über die letzten fünf Jahre, also jährlich im Durchschnitt, lag jetzt bei PepsiCo noch bei etwa 5%, 5,1%. Aber das ist durchaus etwas höher als noch bei Coca-Cola, wo man von 4,6% im Durchschnitt ausgehen konnte. Wenn man sich jetzt aber anschaut, den kleineren Konkurrenten, Dr. Pepper, der durchaus Marktanteile gewinnt in diesem Segment, konnte man hier 12% pro Jahr Gewinnwachstum noch erzielen. Monster Barrage, auch natürlich ein sehr spannendes Unternehmen, kam hier noch auf ein Wachstum von 7,3% im Jahr. Beim Gewinn, da muss man aber das relativieren. Beim Umsatz sieht das deutlich besser aus bei Monster Barrage. Das ist so ein bisschen ein einmaliger Effekt, also das Wachstum wird hier in Zukunft wahrscheinlich etwas weiter anziehen. Aber das sind vielleicht mal einfach interessante Zahlen zu sehen, wie das Wachstum vorhanden ist. Auch wenn man vielleicht nur die grossen Player im Blick hat, Coca-Cola, PepsiCo, gibt es durchaus noch andere Brands, eben Dr. Pepper oder Monster Barrage, die einfach noch ein bisschen mehr Wachstum haben, die noch nicht so gross sind. Und durch das könnten sich natürlich auch spannende Chancen ergeben. Beim Umsatzwachstum, PepsiCo 7,5% pro Jahr, etwa gleich wie Coca-Cola 7,6%. Aber hier dann eben Dr. Pepper mit 16, fast 17% Wachstum, Monster Barrage 13, 13,4%. Das sind dann schon noch ein bisschen andere Zahlen. Ich denke mal, ganz entspannter Vergleich, wo ihr euch jetzt selbst mal ein Bild über diese Unternehmen machen könnt, ob das gegebenenfalls eine Alternative für euch wäre. Okay, die Aktionärsstruktur von PepsiCo, sehr unspektakulär, das können wir eigentlich gleich überspringen. Da gibt es keinen grossen Einzelinvestor, der jetzt hier wirklich mehr als 2-3% Anteile hält. Aber wir haben den CEO, Ramon Laguarta, er ist schon sehr lange tätig bei PepsiCo. Das sind wahrscheinlich schon so um die 27 Jahre, wo dieser gute Herr bei PepsiCo unterwegs ist und aktuell an der Spitze sitzt und er hat tatsächlich durchaus auch einen gewissen Anteil an Aktien von PepsiCo. Die haben jetzt einen Wert von 71 Millionen US-Dollar. Also das sind im Verhältnis relativ wenig, 0,03% der Anteile. Aber ich finde, das ist schon auch eine gewisse Aussagekraft, die das Ganze hat. Wenn man sieht, dass der CEO 71 Millionen von seinem Vermögen in das Unternehmen investiert hat, wo er leitet, dann muss man einfach sagen, er hat durchaus Skin in the Game und ist natürlich interessiert, dass die Aktie weiter steigt. Er wird natürlich alles daran legen, dass die Aktienkurs weiter gesteigert werden kann. Wenn man keine Beteiligung hat als Unternehmen, dann ist man natürlich nicht ganz so stark involviert. Und das sehe ich immer sehr gerne, wenn man solche Fakten hier sieht. Er ist zusätzlich auch noch bei Visa tätig, im Verwaltungsrat, als sogenannter Independent Director. Also eher so ein bisschen außenstehend. Aber er hat natürlich da auch Einblicke, wenn man bei einem Zahlungsanbieter im Verwaltungsrat sitzt, hat man natürlich schon einen Vorteil. Man sieht einfach, was weltweit für Transaktionen stattfinden, was für Produkte gefragt sind. Neue Trends kann man natürlich sehr gut erkennen. Und das kann er natürlich dann auch in seiner Rolle als CEO bei PepsiCo einfließen lassen. Also durchaus eine spannende Kombination. Okay, gehen wir wieder zurück auf das Unternehmen. PepsiCo, Umsatzentwicklung. Wir sehen im Jahr 2022 eben einen Umsatz von 86 Milliarden. Gehen wir mal 10 Jahre zurück. 2012 waren das noch 65 Milliarden. Also wir sehen eigentlich ein schönes Wachstum. Vor allem die letzten 6-7 Jahre ging es eigentlich hier stetig nach oben. Also es ist wirklich nach wie vor ein schönes Wachstum vorhanden, wie wir vorhin auch schon bei den Wachstumszahlen gesehen haben. Dann haben wir hier die Umsatzzahlen nach den einzelnen Segmenten. Dazu muss ich gleich mal sagen, dass hier PepsiCo das ein bisschen kompliziert macht, meiner Meinung nach. Also die Segmente, die man hier aufteilt oder auflistet, sind etwas verwirrend. Geht man wieder auf geografische Themen ein, dann wieder auf Produktkategorien. Also lasst doch hier nicht so sehr stark verwirren. Aber im Prinzip sagt man hier, dass die PepsiCo Beverages in Nordamerika, also das Getränkegeschäft, das Pepsi-Geschäft in Nordamerika, ist der wichtigste Segment. Das Einzelsegment jetzt hier von PepsiCo mit 30% vom Umsatzanteil. Dann folgt dieses Frito-Lay in Nordamerika, also das Chips-Segment, 27% Umsatzanteil. Dann hat man hier Europe ausgewiesen, wo alles zusammengefasst ist, mit etwa 14,7%. Lateinamerika mit 11%, dann auch EMEA mit 7,5%. Asia-Pacific mit 5,5% vom Umsatzanteil. Ja, aber ihr seht, das ist ein bisschen verwirrend. Und deshalb schauen wir uns doch jetzt eher mal an, die Umsatzverteilung nach Regionen. Und da sieht man das Ganze etwas entspannter, etwas vereinfachter, sagen wir es so. Wir sehen, dass die United States, also die USA, ganz klar der wichtigste Umsatztreiber ist. 57% der Umsätze werden in den USA erzielt. Dann teilt man das noch auf in die grösseren anderen Länder, 20%. Und dann haben wir einzelne Länder, wo wir noch natürlich tätig sind oder wo ein bisschen grösser sind. Mexiko ist einer der wichtigsten Märkte außerhalb der USA mit 6%. Und da sehen wir aber auch eine Überraschung. Russland ist tatsächlich auch einer der wichtigsten Märkte für PepsiCo außerhalb der USA, außerhalb von Europa. mit doch immerhin fast 5%, 4,8% der Umsatzanteile. Und das hat mich tatsächlich etwas stutzig gemacht bei der Analyse, weil vor allem, wenn man sich jetzt mal überlegt, die meisten Konzerne sind eigentlich im letzten Jahr aus Russland oder haben sich aus Russland zurückgezogen. Und man sieht hier starke Einbrüche beim Umsatz. Jetzt sieht man aber hier, wenn man sich Russland anschaut, vom Jahr 2021 aufs Jahr 2022 sind hier die Umsätze sogar noch gestiegen. Und zwar nicht zu knapp. Also das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Vor allem auch mit der Perspektive, wenn ich sehe, dass ein Land, wo es kriselt, 5% vom Umsatz ausmacht. Und wenn man jetzt bedenkt, dass es ja durchaus realistisch ist, dass man sich hier auch zurückziehen muss. Vielleicht wird der politische Druck zu gross, aber auch der Druck von den Konsumenten. Und dann plötzlich fallen hier 4 Milliarden Umsatz weg. Das würde man dann natürlich schon sehr stark spüren. Das würde dann der Aktie natürlich auch schaden. Und ja, das finde ich interessant, dass das eigentlich gar nicht so, dass das nicht so stark eingebrochen ist. Man hat nämlich auch kommuniziert, dass man sich zurückzieht aus Russland. Also zumindest mal die Getränke, Pepsi etc., die werden nicht mehr produziert. Aber die ganzen Snacks, die werden weiterhin verkauft. Ich habe mir mal ein bisschen recherchiert und habe hier von der Website leaverussia.org. Also ich möchte mich jetzt hier nicht auf die Quelle beziehen, ob das jetzt eine gute Quelle ist oder nicht. Aber im Prinzip die Fakten, die scheinen zu stimmen, dass man hier eben zwar mit den Getränken sich zurückgezogen hat, aber die ganzen Snacks etc., da ist man geblieben. Und das muss man sich vorstellen. Durch das, dass die ganze Konkurrenz aus dem Land raus ist und man mit PepsiCo dann mit gewissen Produkten trotzdem drin geblieben ist, ist natürlich der ganze Umsatz dann zu Pepsi geflossen. Deshalb konnte man auch in einem schwierigen Jahr 2022 hier weiter 5% gewinnen. Oder anders ausgedrückt 223 Millionen Umsatzwachstum innerhalb von Russland. Und auch die Gewinne sind hier angestiegen. Und ja, ich will jetzt hier gar nicht irgendwie Moralapostel spielen oder sowas. Das soll jeder für sich entscheiden, ob er das gut findet oder nicht. Aber für mich ist es auch ein gewisses Risiko, weil man ja damit rechnen muss, dass vielleicht das Geschäft dann auch mal abgestoßen werden muss. Und viele Unternehmen haben das jetzt bereits bereinigt. Hat man sich bereits daran gewöhnt, dass das letztes Jahr, oder zumindest im Jahr 2022, erst in Bilanzen gestrichen ist. Große Abschreibungen hat man vorgenommen. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass das bei PepsiCo vielleicht noch ansteht. Gewisse Abschreibungen wurden getätigt, das sieht man auch in der Bilanz. Aber offenbar noch nicht so wirklich alles. Einfach das so als Hintergrundwissen, dass ihr das vielleicht im Hinterkopf habt. Schreibt mir doch in die Kommentare rein, wenn ihr mehr dazu wisst, ob man sich jetzt wirklich ganz zurückziehen will oder ob man bleibt im Russlandgeschäft. Das würde mich sehr interessieren. Okay, aber wieder zurück zum Kerngeschäft. Die Umsatzentwicklung von PepsiCo haben wir angesehen. Jetzt werfen wir aber einen Blick auf die Prognose. Und die sehen eigentlich auch ganz gut aus. Also man erwartet für das Jahr 2023 ein weiteres Wachstum. Der Umsatz soll auf fast 91 Milliarden anspringen. Ein Jahr später dann sogar auf über 95 Milliarden. Bis im Jahr 2026 will man die 100 Milliarden Umsatzmarke geknackt haben. Also vom Umsatz her, von der Entwicklung, von den Prognosen, sieht es natürlich ganz gut aus. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie das von der Margensituation aussieht. Wir haben per Ende 2022 eine operative Marge von etwa 14 Prozent, eine Nettomarge von 10 Prozent. Und die hat sich in den letzten Jahren so plus minus gehalten. Also wir sehen keinen starken Rückgang. Wir sehen aber auch keinen starken Ausbau dieser Marge. Also im Prinzip nicht besorgnisregend, aber jetzt auch nicht extrem positiv zu werten. Solange hier aber die Margen gleich bleiben und die Umsätze natürlich weiter ansteigen, dann werden natürlich auch die Gewinne weiter sprudeln. Wir sehen jetzt hier auch für das erste Quartal 2023 einen Rückgang der Marge, der Nettomarge zumindest. Und das lässt für mich schon darauf rückschliessen, dass man hier Abschreibungen getätigt hat im Russlandgeschäft. Aber eben, das wird wahrscheinlich noch nicht vollumfänglich hier alles drin sein. Okay, die Gewinnentwicklung. Hier mal der Nettogewinn von PepsiCo über die letzten Jahre. Gehen wir auch mal wieder hier 10 Jahre zurück. 2012 hat man noch etwas 6,2 Milliarden US-Dollar Gewinn erzielt. Und 2022 waren das eben fast schon 9 Milliarden. Also auch hier ein bisschen volatil das Ganze, schwankt immer mal ein bisschen. Aber da muss man auch aufpassen beim Nettogewinn. Da gibt es immer Sondereffekte, wenn man die bereinigt, wenn man das quasi Sondereffekte rausrechnet, Steuereffekte etc., wie wir das jetzt hier 2018 hatten. Also nicht so, dass im Jahr 2018 jetzt wirklich diese 12,5 Milliarden Gewinn erzielt wurde, sondern das ist ein einmaliger Steuereffekt gewesen, wo man Steuergutschriften noch erhalten hat. Und deshalb macht es auch Sinn, wenn man sich dann einen bereinigten Gewinn anschaut bei einem Unternehmen. Aber im Prinzip geht es mit dem Gewinn nach oben. Hier sehen wir jetzt die Gewinnentwicklung, also Gewinn pro Aktie, und zwar der bereinigte Gewinn pro Aktie über die letzten Jahre und die Prognosen. Also wir sehen hier schon, dass die Gewinne eigentlich ansteigen. Es gibt mal immer wieder kleinere Schwankungen, aber die halten sich im Rahmen. Und wenn man die Prognosen anschaut, soll das auch weiterhin schön ansteigen. Im Jahr 2022 hat man einen Gewinn pro Aktie von etwa 6,8 Dollar ausgewiesen. Und für nächstes Jahr peilt man hier 7,3 US-Dollar Gewinn pro Aktie an. Also auch hier, schönes Wachstum weiterhin, Prognosen sehen gut aus. Und die Chancen dazu stehen wahrscheinlich auch nicht allzu schlecht. Ganz kurzer Unterbruch. Ich wollte dich nur ganz kurz darauf hinweisen, dass ich seit kurzer Zeit auch einen Instagram-Account habe. Du kannst mir folgen auf diesem Account. Matthias Christen ist der Name. Und du hast da die Möglichkeit, mir direkt Fragen zu stellen. Entweder über eine Direct Message oder du kannst auch in meinen Storys, die ich regelmässig poste, direkt mir in den Fragestickers eine Frage stellen. Und da gehe ich dann sehr gerne auch drauf ein. Also, einfach schnell auf Instagram folgen und dann kannst du mit mir direkt Kontakt aufnehmen. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Gewinnfluss, um zu schauen, wo bei einem Konzern die Kosten anfallen, was hier wirklich ins Gewicht fällt und wie sich das verändert hat im Gegensatz zum Vorjahr. Also, wir sehen jetzt eben hier einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr um 8,7%. Das ist hier, wenn man das anschaut, vor allem durch dieses Chips-Geschäft zustande gekommen in Nordamerika. Das ging der Umsatz um fast 19% nach oben. Die anderen Segmente sind eigentlich auch angestiegen, bis auf das Europa-Geschäft. Da ging es zurück um 2,4%. Das ist natürlich möglich, dass hier dann auch bereits Russland mit eingerechnet wurde. Aber der Rückgang liegt jetzt hier bei minus 2,4%. Also, auch wenn man jetzt anschaut, auch Lateinamerika hat auch zugelegt um fast 21%. Afrika, Middle East und South Asia 6%. Asia-Pacific 3,7%. Also, im Prinzip wirklich ein schönes Wachstum ausser in Europa. Dann sehen wir natürlich, aufgrund des gestiegenen Umsatzes sind natürlich auch die Materialkosten gestiegen, gewisse Teuerungseffekte, Lohnkosten. Das ging 9% nach oben mit den Kosten, ist aber kein Problem. Durch den gestiegenen Umsatz kann man das kompensieren. Und wir sehen dann hier vom Aufwand her, effektiv vom Betriebsaufwand, der grösste Anteil macht natürlich Vertrieb und Marketing aus. Also, im Prinzip kann man sagen, für Marketing, für Werbung, für Vertrieb gibt man fast gleich viel aus, wie effektiv die Produkte, die Materialkosten und die Lohnkosten zusammen sind. Also, das ist ein typisches Zeichen dafür, dass man eine starke Marke hat, wo die Marke im Vordergrund steht. Das ist eigentlich ein Marketingunternehmen, das halt einfach noch etwas herstellt. Das sieht man hier ganz gut an diesen Zahlen. Die Marketingkosten sind aber in einem normalen Rahmen angestiegen. 10% ist nicht so wirklich sonderlich problematisch. Wir sehen, was sicher jetzt auch noch interessant ist, dass einfach hier der operative, nicht operative Aufwand auf eine halbe Milliarde angestiegen ist. Das ist gut möglich, dass hier eben bereits gewisse Abschreibungen drin sind vom Russlandgeschäft. Aber das ist natürlich nicht das ganze Geschäft. Wir können uns jetzt aber das neueste Quartal anschauen. Und da sehen wir auch nochmal, dass es hier Abschreibungen gab oder nicht operativer Aufwand von zusätzlichen 260 Millionen. Das ist gut möglich, dass das hier jetzt langsam nach und nach hier abgeschrieben wird. Okay, jetzt werfen wir aber noch einen Blick auf die Dividende, weil das ja bei PepsiCo durchaus relevant ist. Viele Leute investieren in Pepsi nur wegen der Dividende. Und da schauen wir uns mal an, was wir hier herausfinden. Also wir sehen, die Dividendenrendite aktuell bei ca. 2,6%. Was ja durchaus schon attraktiv und ordentlich ist. Wir sehen eine Ausschüttungsquote 2022 von 70%. Die ist durchaus schon natürlich in einem Rahmen, wo schon eine gewisse Höhe hat. Man hat noch ein bisschen Spielraum, aber die ist bestimmt schon auf einem Level, wo ja durchaus schon stolz ist. Also da sieht man es natürlich lieber, wenn man eine Ausschüttungsquote hat, die etwas tiefer läge, dann hätte man noch ein bisschen mehr Spielraum. Aber es ist sicher nicht so, dass wir hier schon bei 90, 95% sind und überhaupt kein weiteres Potenzial mehr haben. Wir sehen auch, dass die durchschnittliche Steigerung der Dividende bei 6,6% lag in den letzten fünf Jahren. Das ist sicher noch ein ordentliches Wachstum, aber auch nicht mehr wirklich atemberaubend. Das ist aber auch natürlich aufgrund des Wachstums. Das Unternehmen wächst ja nicht mehr zweistellig pro Jahr. Da kann man natürlich seine Dividende auch entsprechend nicht mehr stark anhören. Es gibt ja bereits eine ordentliche Dividende. Das ist ein ganz typisches Bild bei Unternehmen, die bereits eine relativ hohe stolze Dividendenrendite haben. Dann wächst normalerweise diese auch nicht mehr im zweistelligen Bereich, weil man hier einfach bereits schon in einem Level ist, wo einfach nicht mehr so ein riesen Wachstum möglich ist. Was aber sehr, sehr herauszustreichen ist, ist, dass die Dividende seit 51 Jahren erhöht wurde, nie gekürzt wurde, nie ausgesetzt wurde. Und das ist natürlich schon für Dividendeninvestoren ein sehr wichtiger Fakt, weil in diesen 51 Jahren sind einige Krisen gewesen, da gab es einige Probleme, aber man hat immerhin wirklich jedes Jahr immer seine Dividende weiter erhöht. Und das lässt natürlich auch darauf rückschließen, dass es auch in Zukunft weiterhin so weitergehen wird. Selbst wenn mal ein schwieriges Jahr kommt, wird man ganz bestimmt diese Dividendenhistorie nicht unterbrechen und wird weiterhin seine Dividende zahlen. Eine Garantie gibt es natürlich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist durchaus sehr hoch. Ich habe mir jetzt mal erlaubt, hier noch das Ganze mit Coca-Cola zu vergleichen. Und zwar einfach mal ein Szenario. Mal angenommen, du investierst jetzt heute in PepsiCo und in Coca-Cola. Die Dividende wächst jährlich noch ein Stück weit an, die ist aber bereits auf einem gewissen Level. Aber wenn du jetzt heute investierst und das Wachstum der Dividende jetzt genauso weitergehen würde, wie in den letzten 5 Jahren, dann würde man sehen, in 10 Jahren, im Jahr 2033, hättest du auf dein Investment, das du jetzt getätigt hast, eine persönliche Dividendenrendite bei PepsiCo von 4,55% und bei Coca-Cola von 4,33%. Also im Prinzip, die spielen in der gleichen Liga. Also da gibt es keine grossen Unterschiede mehr. Das Wachstum bei PepsiCo ist vielleicht noch etwas höher, aber im Prinzip macht das nicht mehr allzu viel aus. Also das sind beide etwa auf dem gleichen Level unterwegs. Hier nochmal der direkte Vergleich, der Peer Group, wie wir das auch schon anfangs gemacht haben mit den Umsatz- und Gewinnzahlen. Jetzt das Ganze noch bei der Dividende. Coca-Cola aktuell, eine Dividendenrendite von fast 3%, PepsiCo 2,6%, Dr. Pepper 2,5%. Also alles drei Unternehmen, die bereits eine stolze Dividendenrendite zahlen. Aber wir sehen einen gewissen Unterschied bei der Ausschüttungsquote. Dr. Pepper 47%, Ausschüttungsquote wesentlich tiefer, wesentlich mehr Spielraum noch vorhanden als bei Coca-Cola und PepsiCo, wo man bei ca. 70% liegt. Das ist sicher mal interessant zu sehen, aber dafür muss man auch sehen, dass Dr. Pepper, also Coirig Dr. Pepper, noch keine wirkliche Dividendenhistorie hat. Man zahlt erst, oder man hat die Dividenden eigentlich erst seit drei Jahren nicht mehr gesenkt und kann somit auch noch nicht davon ausgehen, dass diese Dividende auch garantiert ist. Bei Coca-Cola und PepsiCo würde ich mir hier definitiv weniger Sorgen machen. Okay, jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Bilanz, auf die Verschuldung von PepsiCo. Können wir relativ kurz fassen. Eine sehr solide Bilanz. Die Tilgungskraft basierend auf dem Free Cash Flow beträgt 7,4 Jahre. Das ist jetzt bestimmt nicht die tiefste Tilgungskraft, die man sehen kann, aber absolut noch in einem vertretbaren Rahmen, absolut noch gesund. Die Schuldenquote stagniert, die steigt nicht grossartig an. Der Goodwill steigt nicht grossartig an. Also Übernahmen, die getätigt werden, war nicht mehr in so einem grossen Rahmen, wie das jetzt vor zehn Jahren noch war. Das ist eigentlich eher so ein bisschen stagniert. Und wir sehen natürlich auch eine grosse Treasury-Stocks-Position von fast 40 Milliarden in der Bilanz von PepsiCo. Also das sind zurückgekaufte Aktien. PepsiCo kauft laufend Aktien zurück. Dadurch steigt der Aktienkurs tendenziell und PepsiCo hat hier eigentlich sein Geld relativ gut investiert und parkiert und kann damit weiterhin auch Investitionen tätigen. Wir sehen das ganz gut an dieser Grafik, dass die Anzahl der ausstehenden Aktien rückläufig ist. Im Jahr 2001 circa waren das noch ganz grob gesagt. Ausstehende Aktien, das wären jetzt hier wahrscheinlich 1,8 Milliarden ausstehende Aktien. Und aktuell sind das noch etwa, oder per Ende 2022 noch 1,4 Milliarden. Also im Prinzip kommt das gar nicht so sehr auf die Zahl jetzt hier drauf an, sondern es zeigt einem einfach auf, dass immer laufend Aktien zurückgekauft werden. Okay, jetzt aber ein Blick auf die Analystenerwartungen. Was erwarten die Analysten im Jahresverlauf von der Aktie von PepsiCo? Und da ist die Stimmung etwas durchzogen, sage ich mal so. Also die Hälfte der Analysten empfiehlt die Aktie zum Kaufen und die andere Hälfte sagt, man soll die Aktie einfach halten. Da ist offenbar schon relativ viel passiert von der Rendite, wo man sagt, da ist nicht mehr allzu viel zu holen. Im Durchschnitt geht man aber von einer jährlichen Rendite von etwa 9,9% aus für die nächsten 12 Monate. Aber da soll man nicht zu viel Wert drauflegen. Das sind wirklich nur so ganz grobe Prognosen. Aber im Prinzip, was mich dann positiv stimmt, ist, dass nur zwei Analysten für den Verkauf raten. Also offenbar geht man hier nicht davon aus, dass jetzt hier ein grosses Problem vorhanden ist oder die Aktie extrem komplett überbewertet wäre. Machen wir uns aber ein eigenes Bild dazu. Wir können jetzt hier ganz gut mal schauen, wenn wir in den Aktienfinder reingehen und jetzt die Entwicklung des Aktienkurses anschauen und diesen in den letzten 10 Jahren abgleichen mit dem fairen Wert des bereinigten Kursgewinnverhältnisses, dann sehen wir aktuell schon tatsächlich eher die Tendenz zu einer gewissen Überbewertung. Die Überbewertung ist jetzt aber bereits eigentlich seit relativ langer Zeit vorhanden. Wir sehen, dass wir eigentlich 2019 hier eine gewisse Überwertung aufgebaut haben und die ist jetzt nach wie vor seit diesem Zeitpunkt immer noch so ersichtlich. Es gibt hier immer wieder Schwankungen, also man kommt immer wieder in einen Bereich rein, wo wir näher kommen an eine fairen Bewertung. Aber aktuell kann man sagen, ein bereinigtes KGV von 26. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre lag das eher bei 22,2. Auch beim Kursumsatzverhältnis aktuell 2,9. Im Schnitt der letzten 10 Jahre eher 2,5. Auch beim Kurs-Cash-Verhältnis, also eigentlich alle Kennzahlen weisen eher darauf hin, dass die Aktie nicht günstig ist. Die ist schon relativ teuer bewertet, aber wir sehen aktuell, kam es auch ein bisschen zurück. Also die ganz krasse Überbewertung, die wurde jetzt schon ein Stück weit abgebaut. Aber man kann sich jetzt natürlich auch aufgrund dieses historischen KGVs als eine potenzielle Renditeerwartung hier in die Zukunft projizieren. Dann hätte man bis 2026 noch ein Potenzial von etwa 18,4%. Das wäre aufs Jahr heruntergebrochen, etwa 5% Rendite inklusive Dividende, was natürlich jetzt nicht mehr allzu berauschend ist. Aber es kann natürlich auch sein, das wäre jetzt einfach quasi, wenn die Aktie bis Ende 2026 fair bewertet wäre. Es kann natürlich sein, dass die Aktie weiterhin noch ein, zwei Jahre in einer gewissen Überwertung drin bleibt. Dann wäre natürlich durchaus auch noch mehr Potenzial vorhanden. Aber wir wissen ja, dass sich Aktien früher oder später immer wieder einem fairen Wert annähern. Und deshalb machen wir solche Prognosen und schauen uns das auch an, damit wir dann nicht überrascht sind und enttäuscht sind, wenn dann halt mal eine kleine Korrektur kommt und sich die Aktie wieder einem fairen Wert annähert. Jetzt schauen wir uns aber noch die Chartanalyse an, um zu schauen, ob es hier noch inne spannende Signale gibt. Wir sehen jetzt hier natürlich einen sehr langfristigen Aufwärtstrend der Aktie. Also seit der Finanzkrise 2008, 2009 gibt es hier einen schönen Korridor, wo die Aktie sich eigentlich immer wieder drin entwickelt. Es gibt ab und zu mal kleine Ausreisse in Extremsituationen, aber im Prinzip befindet man sich in diesem langfristigen Aufwärtstrend. Und auch hier sieht man eigentlich schon auf den ersten Blick, dass wir aktuell eher so im oberen Bereich dieses Korridors auch wieder sind. Aufgrund der letzten kleineren Korrektur sind wir so wieder in so einen Mittelwert zurückgekehrt. Aber das lässt natürlich Spielraum. Man sieht natürlich schon, dass immer mal wieder die Aktie nach hier zurückkommt in diesem unteren Bereich. Und das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man investiert in die Aktie von PepsiCo, dass man kein Schnäppchen aktuell kauft. Heisst aber nicht, dass es trotzdem weiter laufen kann. Deshalb schauen wir uns das Ganze mal in der näheren Zeitspanne an, um hier zu erkennen, ob wir uns noch in einem Aufwärtstrend befinden oder nicht. Ich habe das mal ganz rudimentär eingezeichnet. Wir sehen hier diese Swings, diese Bewegungen, die die Aktie sehr gut immer macht. Und die Definition eines Aufwärtstrends sind ja eigentlich höhere Hochs und höhere Tiefs. Also das heisst, hier haben wir ein höheres Hoch, hier haben wir ein ganz leicht höheres Hoch, ein höheres Hoch, ein höheres Hoch, ein höheres Hoch. Also quasi von den Hochpunkten her ist der Aufwärtstrend intakt. Auf der unteren Seite ebenfalls hier ein Tiefpunkt. Dann haben wir ein Tiefpunkt, das weiter oben liegt, also ein höheres Tief. Ebenfalls wieder ein höheres Tief. Höheres Tief. Und aktuell, aufgrund des letzten Abverkaufs, haben wir hier natürlich noch, wissen wir noch nicht, ob der Boden jetzt hier schon gebildet wurde. Aber wenn jetzt hier wirklich schon der Endpunkt wäre, dann hätten wir natürlich auch ein wesentlich höheres Tief. Per Definition der Aufwärtstrend intakt. Wir können jetzt auch anschauen, um herauszufinden, ob das jetzt schon die kleine Korrektur war, die hier stattgefunden hat. Sehen wir einfach, dass hier dieser Bereich, ich sage es mal ganz plump, zwischen 180 und 176, haben wir eigentlich eine schöne Unterstützungszone, die jetzt hier eigentlich halten sollte. Wenn das hier nicht hält, sagen wir jetzt mal, wenn es noch weit nach unten geht, dann wäre natürlich das letzte Tief hier um 167, die nächste Anlaufstelle, wo es dann halten sollte. Wenn diese Marke dann unterschritten wird, dann hätten wir eigentlich per Definition und den Aufwärtstrend durchbrochen. Und dann wäre das natürlich ein, theoretisch ein Verkaufssignal, also sicher kein allzu positives Signal. Wenn es jetzt hier wieder weiter nach oben geht und hier anzieht, was durchaus möglich ist, dass wir weiterhin in dieser Überbewertung einfach weiterlaufen. Dann, wenn man jetzt investieren möchte, dann wäre natürlich das, das gegebene Szenario, das perfekte Szenario, dass man sich sagt, hey, man sichert sich hier ab, hier in diesem, in dieser Unterstützung, wäre vielleicht hier dieser Unterbereich hier ganz angebracht, um circa 175, 176 rum, wo man seinen Stop-Loss ziehen kann und dann sagt, hey, okay, im Prinzip besteht ja die Möglichkeit, dass die Aktie, die läuft ja nach oben, die hat einen schönen Aufwärtssinn, dass das durchaus noch ein Stückchen nach weit. weiter nach oben geht. Also so für ein Swing-Trading-Setting, vielleicht ganz interessant, für einen langfristigen Investor, musst du einfach wissen eben, dass es halt einfach rein von der Bewertung her aktuell ein bisschen eher im teureren Bereich ist. Da kann man vielleicht sein Investment aufteilen oder man wartet wirklich ab, bis mal grössere Rücksätze kommt und geht dann rein in die Aktie. Das ist keine Anlageempfehlung, ganz wichtig, das ist lediglich meine Interpretation, mein quasi, quasi, ja, so wie ich jetzt hier vorgehen würde, wenn ich denn investieren wollte. Ich persönlich bin nicht investiert in PepsiCo. Ich finde, es gibt andere spannende Unternehmen aus dem Konsumbereich, die noch ein grösseres Wachstum haben. Ich finde es aber kein schlechtes Unternehmen für ein Basis-Investment, aber aktuell einfach von der Bewertung vielleicht etwas heiß gelaufen. Fazit PepsiCo. Nochmal, keine Anlageberatung, lediglich meine persönliche Meinung. Positiv. Wir haben einen sehr hohen Bekanntheitsgrad, ein sehr spannendes Markenportfolio. Wir sind Marktführer in diesem Chips-Segment, zumindest in den USA, mit einem grossen Vorsprung. Dieses Chips-Segment soll weiterhin auch wachsen. Wir sehen hier weiterhin Wachstumspotenzial, was natürlich sehr gut ist. Wir haben eine sehr gesunde Bilanz, überhaupt kein Thema wegen Überschuldung, keine allzu grossen Goodwill-Positionen. Das sieht sehr gut aus. Wir sind auch weltweit diversifiziert, natürlich schon mit einem gewissen USA-Fokus, aber man ist auch weltweit tätig. Man kann auch die Schwellenländer mitnehmen. Gerade in diesem Snack-Bereich, in diesem Chips-Bereich, sehen wir auch ein Wachstum, das sehr stark ist in diesem Segment. Und wir sehen natürlich auch, dass der langfristige Aufwärtstrend der Aktie intakt ist. Wir haben sogar eher einen kurzfristigen Aufwärtstrend, der nach wie vor intakt ist. Das ist natürlich interessant. Und wir haben auch einen weiteren positiven Effekt, dass der CEO, also der Geschäftsführer von PepsiCo, auch Skin in the Game hat, wie man so schön sagt. Also er ist investiert mit über 70 Millionen US-Dollar in PepsiCo. Also das sieht man auch immer sehr gern. Negativ wären jetzt hier drei Punkte, die ich nennen möchte. Pepsi verliert Marktanteile an Coca-Cola und Dr. Pepper. Einfach aus dem Betränke-Bereich. Das ist sicher nicht positiv zu werten. Und das Thema Russland-Geschäft, das könnte vielleicht noch zum Problem werden. Finde ich aber etwas schwierig zu interpretieren. Es ist einfach ein gewisses Risiko. Diese 4-5% Umsatzanteil, kann das gehalten werden? Kann man dieses Thema einfach quasi unter den Teppich kehren und einfach weiter hier seine Umsätze steigern? Oder muss man früher oder später komplett die Reißleine ziehen? Dann hätte das natürlich einen gewissen Dämpfer. Und wenn wir jetzt einfach auf einer Bewertung sind bei PepsiCo, die schon etwas stolz ist, wären dann solche Nachrichten, solche Rücksätze beim Umsatz natürlich nicht gerade förderlich für den weiteren Verlauf der Aktie. Das möchte ich einfach so erwähnen. Aber eben schreibt mir doch mal unten hin, was ihr dazu haltet. Habt ihr da vielleicht weitere Insights? Das wäre natürlich interessant, auch für die Zuschauer, dass sie das mal in den Kommentaren anschauen können, wenn jemand etwas mehr dazu weiß. Eben die Aktie aktuell etwas überbewertet, nicht extrem. Wir sprechen jetzt hier nicht von einer extremen Überbewertung, aber sicher jetzt nicht gerade der Moment, wo man das sagen kann. Es ist ein absolut perfekter Moment, um jetzt hier einzusteigen. Okay, das war es zu der Analyse von PepsiCo. Lass mir doch bitte ein Like da, wenn dir die Analyse gefällt. Du kannst meinen Kanal auch abonnieren. Es kommen immer wieder weitere solche Analysen, wo ich auch mal tiefer in die Unternehmen reingehe. Ich bringe aber auch immer wieder Themen zum allgemeinen Börsengeschehen etc. Deshalb unbedingt den Kanal abonnieren. Dann bleibst du hier immer dabei, wenn spannende neue Videos kommen. Und wenn du für dich mal lernen willst, wie du Aktien analysierst und eine Anlagestrategie für dich entwickelst, wie du auch vorgehen kannst, zum Beispiel jetzt gerade bei so einer Aktie wie PepsiCo, wo du feststellst, okay, du bist vielleicht jemand, der langfristig investiert, siehst aber durchaus auch immer wieder Chancen, mal kurzfristig in die Einfluss zu steigen und solche Swings, solche kurzfristigen Entwicklungen bei einer Aktie auch mitzunehmen. Dann kannst du dich melden bei mir unter www.matthiaskristen.com. Du kannst dich anmelden für ein kostenloses Beratungsgespräch, ein Strategiegespräch. Da schauen wir uns mal an, was es für Möglichkeiten gibt, an den Aktienmärkten vorzugehen, welche Strategie für dich geeignet wäre. Vielleicht kann man deine Strategie noch mal ein bisschen verfeinern, ausbessern, dass du noch mehr rausholen kannst aus steigenden Aktienkursen, aus der Entwicklung der Börse. Du, ich empfehle dir einfach, nimm dieses Angebot wahr, melde dich bei mir und dann schauen wir uns mal an, ob ich dir helfen kann oder nicht. Das ist ein absolut unverbindliches Angebot. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Dein Matthias Christen. 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 Dein Matthias Christen.